Die Menschen heute haben dich König genannt. Sie denken, du seist der Messias. Aber du scheinst das zu ignorieren. Willst du nicht unser König sein? Was denkt ihr, wer ich bin? Du bist der Sohn Gottes. Das kannst du nicht gewusst haben. Niemand hat dir das gesagt, Petrus. Es wurde dir von Gott offenbart. Du bist Petrus und auf diesem Fels werde ich meine Kirche errichten. Morgen werde ich euch am anderen Ufer treffen. Ich habe ihn gedacht, 노래 ich mir auch nicht gewann. Gut.